Das habe ich sofort gespürt, sobald ich ein Päckchen genommen habe, das Päckchen auf den Haaren, hat die Zänge angekommen mit den Fingern. Das habe ich sofort gespürt, das ist eine Profi-Kette. Eine gute Kette ist für mich eine, die gut schneidet, die wenig verschleissen hat und die etwas zu fühlen ist. Als ich es probiert habe, der Rest war sehr gut, schön geschnitten, ruhig, sparsam. Der Schnitt ist sauber, die Vibration ist fein. Der ist wirklich sehr gut. Super Kette.